Mann, Alter, ich hab... Doch, ich hab noch einen Kürbiskuchen. Ich bin gerettet, Leute. Ich hab noch einen Kürbiskuchen zum Essen. Ich probier jetzt einfach, den Idioten hier zu töten. Jetzt geht's raus, jetzt geht's raus. Nein, ich beginne die Runde noch. Dann nenne ich die... Hallo, Leute, und willkommen zur 21. Folge Ender Games. Meine Kraft Ender Games mit dem Torn und dem aufmerksamen HD. Wo ist der? Da. Wir spawnen immer direkt gegenüber. So, äh, du wolltest irgendwas sagen. Nö. Jetzt, ich wollte es zu dir sagen, nicht zu denen. Ja, natürlich auch eben. Nee, ich will das nicht zu denen sagen. Irgendwas mit Optifine? Nee. Oh scheiße, ich hab's ja auch schon gestern gesagt, dass ich mir geschafft hab, Optifine zu installieren, oder? Ja, hast du. Okay. So, sorry, Leute. War kurz, äh, Mikro... War kurz was trinken und dann war das Mikro weg. Und dann ging's los, und deswegen hatte ich keine Zeit mehr. Boah. Alter! Weißt du, was richtig scheiße ist, Tobi? Du. Weil ein Alzei eben überhaupt keine Kisten findet, und ist als Zielsucher in der Startkiste 4, die er hat. Ist als Zielsucher? Ja. Wir sind ein bisschen frustrierend. LOL. Ja, wir spielen doch auf Plains oder so. So viel Wasser gibt's ja auch nicht. Machen, Alter! Jetzt lauf doch einmal. Es ist Desert. Boah, Junge, Alter. Jetzt gib mir den Scheiß Staff. Danke. Boah, wie ich immer, wie ich immer auf Air drücke, und... Ja, auf Air, da hab ich mein Hotkey für die 1 drauf. Warum wollen wir um sein Geheimtpreis... Nee, lass erst nach Projekt machen, oder? Sagen. Ja, ja, ja. Okay. Ja, okay, so geheim ist der ja gar nicht. Ja, aber warum, wenn die meisten den nicht wissen? Ich mein, im Kampf mach ich den dann auch nicht an. Aber... Wie schon? Nein, nicht mitten im Kampf. Ich mein, wenn ich den sehe, dann brauch ich das ja nicht mehr. Äh, sicher, da ist hier grade richtig praktisch. Weil du wirklich siehst, wo du genau hinschlagen musst. Nein, komm mal so auf das... Ja. Oh, shit, Alter. Du siehst einfach hart genau, wo du hin hinschlagen musst. Oh nein, das war der Aufmerksame! Ich hab... Oh nein, dafür bin ich gestorben. Oh, shit. Sorry. Ah! Ich hab zwei auf einen Schlag getötet, Tobi. Ich hab zwei mit einem Schwerthit getötet. Äh, ich bin so gut wie tot. Weil ich gleich noch ein halbes Herz hab. Ja, ich bin tot. Ist das nicht cool? Weil ich war dann auch auf einmal One-Hit. Fuck, Alter, 53 Blöcke, Junge! Welches Betriebssystem hast du... Ups, 65? Nee, nicht 63 Blöcke. Ich laufe mich gerne weg, ich möchte kämpfen. Aber ich kann nicht mit einem halben Herz. Wir probieren grade zu erklären, wie man TeamSpeak installiert. Ja, guck mal, das erklärt sich jetzt fast von selbst, oder? Was denn? Dann... Nimm... 64. Frag, welches Windows er hat. Wenn er Windows 7 oder 8 hat, dann hat er. Nee, Spaß. 32. Er hat ein 32 Blitzesystem. Mann, Puh! Oh, shit, Alter. Kann ich ihn töten? Ja, klar! Hab noch einen Bogen! Hab doch noch mehr! Ja, klar! Ja, klar! Jo, wahrscheinlich, Alter! Will er mich verarschen? Ich werd auch noch zurückgesetzt! Ja sicher, Tobi! Du hast ja richtig viel Wüstung! Ja, stark! Wo ist er denn? Hast du mich jetzt die ganze Zeit verarscht und hier ist gar keiner? Natürlich ist da einer! Natürlich ist da einer! Da ist er denn aber nicht so! Fuck, Alter! Ich hab mir jetzt eine Goldhose aus Not gemacht! Ich darf nicht mehr sprinten! Sonst... Ich muss regenerieren! Ich hab kein Essen! Die Hitboxen sind doch auch im Kampf richtig praktisch! Ja, okay! Wenn du einfach genau... Ich nervt jeder nur! Ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Ich regenerier' nicht mehr von 3,5 Hertz! Weil wenn du genau siehst, wo du hinschlagen musst, ist das... Ist einfach wie... Wie ein Luxus! Alter! Was willst du hier machen? Gib mir gefällest... Geil! Jetzt bin ich vergiftet! Nein! Die Runde kann ich nicht mehr gewinnen! Jetzt haben wir unseren unglaublich geheimen Trick übrigens gerade verraten! Ja, hat aber niemand gehört! Nee, genau! Hättest du das jetzt nicht gesagt? Dann hätten niemand jetzt zurückgespult! Das stimmt! Siehst du? Du bist dumm! Nee, du kannst es ja rauspieken! Soll ich das immer machen, Alter? So richtig scheiße! Okay! Leute! Ich hab' ich gefunden für die Ewigkeit! Steak! Ich hab' Steak! Ja, ihr wisst jetzt nicht, wovon wir reden, liebe Leute, ne? Aber so ist das halt im Leben! Alter, ich bin eingekesselt! Ich bin down! Oder? Oh! Krall! Äh, ja! Ach, komm schon! Bitte! Torben, denk dran! Er sieht unsere Videos! Nicht beleidigen! Mach' ich doch nicht! Sag doch nur bitte! Ah! Will der jetzt ne Bestätigung haben, dass er sich das jetzt downloaden soll, oder was? Ja! Ja! In der Tat! Ja! Ja! In der Tat! Genau so! Mann, Alter! Ich hab... Doch, ich hab' noch nen Kürbiskuchen! Ich bin gerettet, Leute! Ich hab' noch einen Kürbiskuchen zum Essen! Ich probier' jetzt einfach den Idioten hier zu töten! Jetzt geht drauf! Jetzt geht drauf! Nein! Ich geb' die Rufe noch! Dann nenn' ich die... Dann nenn' ich die... Dann nenn' ich die... Dann nenn' ich die... Ich nehm' nur lange Folgenamen! Ja, aber Tobi, das funktioniert ja sowieso nicht! Also brauchst du ja gar nicht überlegen, wie du die Folge nennen willst! Ich wette mit dir oder gegen... Ich... Ich... Ich nehm' die Aufnahme einfach! Scheißegal, was jetzt passiert! Okay, eigentlich nicht scheißegal, aber ich nehm' sie trotzdem vielleicht! Aber wahrscheinlich eher nicht! Äh... 4 Dias! 4 Dias! Ich hab' 5 Dias! Guck mal, da hinten ist schon der Kartoffel-HD! Kartoffel? Ne, Kartoffel! Mhhh... Ach, der heißt gar nicht Kartoffel-HD! Der heißt Kartoffel-Brot! Ja, das ist... Fuck, Alter! Ich werf' meine Schuhe weg! Was geht mit mir ab, momentan, Alter? Ich dachte, er hätte einen einfallsreichen YouTube-Kanal, der Kartoffel-HD heißt! Beobachte Kartoffel-Brot, wie so ein... Guck dir meine Rüstung an! Ist die nicht geil? Oh, Kartoffel-Brot ist tot! Den hab' ich nicht gesehen! Ich hab' mit Optifine auf den Rang gesucht und dann ist er einfach gestorben! Vielleicht ist er geläftet! Ne, er wurde getötet! Von Seichen-Leaps! Was hat der für ne... Ähm... Was hat der... Der ist ganz gut für... Der ist ganz gut für... Der ist ganz gut für... Ich wollte gerade auf den draufgehen! Nein, der ist echt nicht gut erquillt! Echt nicht, oder? Ne, nein! Ist nicht! Ach, Torben, Alter! Ich hasse dich! Der hat ne Eisen-Chessplate, ne Lederhose... Und... Trotzdem noch besser als ich! Und ich glaub' mal Eisenschwert! Weißt, es ist so traurig, dass dann... Dass du damit sowas besser equipped bist... ...als ich jetzt! Jetzt wird er getauscht! Geil, ich könnte mir jetzt endlich was craften! Soll ich Regeneration nehmen? Komm! Er nehm'n Powerbogen und ich geh' kein Risiko ein! Er hat nen Powerbogen! Moment, Alter! Ich überprüfen wir mal kurz! Oh, er hat verloren! Shit, Alter! Okay, hat er doch ne! Oh Mann, er kann so schlecht Bogen schießen! Das... Alter, er ist so dumm! Mann, solche Leute tun mir weh! Stimm so! Das war ganz spannend! Solche Leute tun mir im Kopf weh, ey! Torben, noch Leute zu bereich! Er hat zehn Bogenschüsse... Er hat... Er hat zehn Bogensch... Alter, da ist... Da wird's auch verfehlt! Was? Tobi! Richtiges Battle! Oh Shit! Einer tot! Okay? Hier liegen jetzt die übelsten Sachen, ne? Ach, du hast die übelsten Sachen! Warum machst du auf einmal die übelsten Sachen? Weil ich den eingetötet hab! Ganz einfach! Der hatte doch nichts! Ja doch! Ja, willst du mich verarschen? Der hatte ne Lederhose! WTF, der ist Känguru! Sag mir das doch! Ja, das hätte sie vielleicht sagen sollen! Okay! Jetzt kann ich auf... Anfär... Aber guck mal! Das ist kein Känguru, was hässlich wegspringt! Weißt du? Das ist doch schon mal gut! Läu... Battlen die sich da jetzt? Läuft! Ja! Crit! Das heißt Crit! So Bitch! Nu! Es geht mal an! Er spielt! Er spielt gegen... Er spielt gegen... Er kämpft gegen dich! Oh, guck mal! Da ist er, Alter! Erstmal den Köln! Ja, er wusste ja nicht, dass ich Chillsucher bin! Ja, ne! Aber trotzdem! Wenn man in einem Kampf ist, bleibt man auch in dem einen Kampf! Ja! Das ist unfair! Ich! Auch nicht! Er hofft ihn zu beleidigen! Und der letzte ist jetzt gar kein Problem! Das ist richtig gemein! Ähm... Der hat nichts! Ah! Ich weiß gar nicht was ich... Ich hab gar nichts so ziemlich an guter Ausrüst! Mann, Alter! Jetzt lauf nicht weg! Bitte! Der hat ja echt nichts! Du musst mich verraschen, er ist Delfin! Ja, er ist Delfin! Ich glaub, er will, dass du ins Wasser kommst und ein bisschen mitspielst! Wär auch das einzig faire bei dem Equip! Ja, selbst im Wasser töt ich ihn, Alter! Ja, deswegen ja! 56 Pfeiler! Oder hab ich noch irgendwo einen Stack? Nee, hab ich nicht! Shit, okay! Äh... Das kann weg, das kann weg. Das… Das... Das, das... 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 Ah, Hals wollte ich nicht ergriffen... Äh... Er... 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 Er ist so dumm, weißt du? ich bin dann schon im wasser und das känguru war gerade ein gutes känguru und das ist ein richtig hässlinger delphin sorry kumpel ich sortiere mal mein inventar da du mich ja eh nie angreifst und macht er den verliert er dadurch nicht hunger ne der kriegt ja dauernd fischer ja komm ich treffe in dem sprung ich fühle zu sehr gezittert ja 1 jetzt spring noch nicht weg alter was geht denn bei die ab du hiesliges schweinehurenkind alter ja für den wir trotzdem noch anders geschrieben es ist so ätzend wie kann man ja so behindert sein also kann man so schlecht sein jetzt der apfelsaft nicht dass sich jetzt der aufmerksame angesprochen fühlt ich mache ein tutorial dazu ganz bestimmt nur für dich ja klar guck mal was er jetzt für rüstung hat und jetzt kämpft er auf einmal willst du mich verarschen okay das könnte jetzt spannend werden ihr habt beide so schöne die reisen sachen das finde ich sieht super aus jedoch an land alter was ist das für eine hure ich renne jetzt weg kann mich mal weil ich werde ich eh mit dem getauscht dann ist der an land kann nämlich mal behalten ist der typ ätzend ja gut er geht nicht allein weil er eben seine vorteile ausspielen will aber warum ja das ist nervig er könnte ja mit einem doppelsprung an land mich dann hinten und wieder weg springen das wäre völlig okay das ist eine taktik ein nicht dieses ewige weggespringe alter das geht einem so auf den sack mit spieler kommt ins wasser ja deine mutter kommt ins wasser ja das stimmt tatsächlich ich darf kein wasser einmal mehr mit haben deine mutter schwimmt da gerade schon und hat sich jetzt eine dia chestplate gecraftet nein hat er nicht keine soll wollte ich mich veräppeln erst mal werbung machen so jetzt leck mich am arsch alter jetzt bist du tot jetzt bist du tot absolut typisch toby ja ich weiß auch nur weil er mich so übel aufricht man hatte wie ist der so schnell zu wasser gekommen ist jetzt in dem fluss das ist stark ich dachte er hatte denn ich gerade noch bessere sachen der hatte ja keine dia schuhe der leder schuhe der hatte die ja schuhe ich meine das waren leder sonst wird er nicht austauschen aber selbst wenn goldschuhe sind auch nicht besser als leder alter ich war mir hundertprozentig dass der dia schuhe hat das habe ich nein der hatte die schuhe warum hat er seine dienten schuhe ausgezogen das ist nicht aber ich glaube nicht dass er dia schuhe hatte ich habe ich glaube es nicht so dumm ist er nicht kann nämlich sein bekämpft doch den anderen ok deine mutter bekämpft gleich den anderen alter mann alter jetzt geht er hoch so wo rennt er hin rennt er zum meer fliege an der perle du wirst richtig geil geworfen noch nicht ist er wieder ein wasser tauben ähm ne ja doch diese sind hier wohl auch flüsse das richtet mich gerade ein bisschen auf in der tod wegen dem ob ich jetzt ein goldopfel verschwendet aber egal ich habe ja noch drei stück und ich renne jetzt so lange weg bis der mich mal am arsch lecken kann alter da ist auch noch mehr was da jetzt mein gott jetzt was soll ich machen ja nicht du ich mein den ich geh jetzt ich guck mal weißt du was ich jetzt mache ich bin jetzt armselig soll leck mich am arsch guck mal guck mal was ich mache aber schon vielleicht hat er dann aus vorm tnt nein so blut mache druckplätze mache druckplätze kann ich nicht ich habe nichts schnell weil ich fand ein bausch arsch so wie dann brauchst du den t wieder einfach so jetzt bist du down alter jetzt bist du down du ure ach so weil er da erstmal nicht rauskommt ja eben oh scheiße ich bin gleich tot ist mir so offen ähm naja gut er ist draußen er hat eine enderperle ach und rennt zum wasser ich bin tobi hol das tnt wieder das tnt es lohnt mich ich baue den gleich ein ich baue mich selbst irgendwo ein ja doch natürlich was anderes kann ich nicht mehr machen er läuft ja nur noch weg das funktioniert doch lass ihn direkt da drauf borden auf die druckplatte ja das ist ja langweilig ich möchte ja einen fight dann steht der ja und ja das ist die beste das ist viel lustiger als wenn du ihn so tötest ich will auch noch mal so töten ich brauche nur noch holz dann kann ich ihn nämlich einbauen weil holz dauert mega lange ok leute tut mir leid für diese runde aber ich kann da auch nicht viel machen geil werd doch noch früher getauscht alter was soll der müll naja er hatte echt keine ligaschuhe er hat sich gerade Eisenschuhe ja oder er hatte irgendwie auch schreck weggeworfen weil seine mutter ihn gefickt hat könnte ich natürlich auch sagen doch wahrscheinlich ja WTF verpasse ich jetzt gerade den kampf oder alter hat der mich erschrocken alter gg er war gerade noch 200 blöcke entfernt guck mal 232 blöcke leute und da kam der auf einmal dann stand der neben mir ja der ist aber krass hab ich mich erschrocken alter und ich habe ihn trotzdem noch bekommen so ok leute ok leute ja ja lasst ne positive lasst ne positive bewertung da schreibt nen netten commie und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss und abonniert uns ich geh jetzt sterben am herzinfarkt tschau bist doch hässlich tschüss erstmal Aufnahme beenden und dann die die